Wir haben derzeit ein Gewinnspiel mit dem Kevin am Laufen und wie ihr gewinnen könnt, das erzähle ich euch jetzt mal. Also ihr müsst mich und den Kevin, heißt auf YouTube Kevke12, abonnieren, einen Kommentar schreiben und ein Like da lassen und mit viel Glück könnt ihr ein paar 130er Waffen in Rettet die Welt gewinnen sollen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit dem Gameplay. Und jetzt bin ich glaube ich mit schwarzer Rettaschild. Okay, Marvin. Und welches Gebäude? Da habe ich gerade hingegangen, bin auch. Ich gehe wieder um. Keine Waffe. Darf ich mich auch mal vorstellen? Ah, ne. Und mein Bruder stellt sich jetzt mal vor. Ja, Leute, ihr kennt mich natürlich auch noch. Ich habe auch auf meinem Bruder den Kanal, den habe ich auch gestreamt. Aber ich habe eine eigene Spiel. Er hat eine eigene Spiel bekommen. Und deswegen stream ich jetzt nicht nach. Ist eigentlich... Ich habe nur graue Sachen. Guck dir mal den Enten an, Marvin. Aber Vicky. Ich habe eine große Pistole. Das war der mit schwarzer Ritter. Ich habe den geholt. All das, was ich nicht schlägt. Nicht. Ja, Leute. Zu viel leid. Weil ich habe ja nichts anderes Wort gesagt. Guck mir leid. Also riefst du auf damit, also ich kann es drei kriegen, ne? Die Beleidigung. Ich habe nicht. Und das finde ich dann ja trotzdem. kann ich eigentlich aus dem account erstellen oder zwei accounts ich brauche hier alter warum hast du mich nicht gelassen und bis auch dahin gerannt er hat auch hier sind die und das war übrigens nicht auflacht pushen gehen den nächsten gegner ich brauche leben ja auch von der lösung amt bei mir Ist egal, bei mir ist Gegner. Schloss ihn ab! Nein! Gibt er er für nicht! Hol den! Hol den! Ich kann nicht so gut spielen, gerade wegen meinem Controller. Nimm den! Nimm den! Nichts egal! Ihnios! Nimm den hier! Nimm den! Nimm den! Nimm den! Hallo, siehe! Ich sag mal den Skimmogen! Bra, bra, willkommen im Feigloch! Jungs! Ich komme gut vor. kann ich nicht macht das auch gleich ist Neuer ist ein alles gut Prozent ich habe es nicht mehr es sind die Gleiter ja wie sie sich mitbekommen ich lasste was liegen ich gehe nicht da ich gehe ich gehe ich gehe hier in Paletti okay es ist okay dass ich Paletti gehe ich schaue ich nehme schon Erd an eine kurze Geräte Moris ich streame Moris nicht sonst darfst du nicht mehr dabei sein wenn ich streame benimm dich jetzt mach dich nicht ich streame sagt wer du musst mich jetzt fragen bevor du streamst muss ich nicht du darfst nicht einfach streamen ich ich verlasse den gleich ganz so lust ja Leute dann könnt ihr gerne join nein Spaß für Spaß weil hier ist ein Gegner na digga ich hab ne Waffe alles gut doch versuche zu dir zu kommen versuche zu dir zu kommen ich finde ich der es war nie gut war nie gut Außer. Ich sterbe jetzt auch so hart, ne? Komm, komm, komm. Die hat, die hat mich nicht gekillt. Nur der mit der schale Küsten hat mich gekillt. Der andere hat immer ein Schale-Püstl. Ohne graue Tactical. Die graue Tactical hat er von mir. die oben raus egal ein hast du schismen 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 sich schismen schismen schim, sich schismen also was ist wenn ich jetzt auch das ist jetzt auf dem stream ausweist 18 ich kann mich einfach nur freundlich anfangen senden heißt das ratten ab und sie haben gesehen was noch von 57 leute ich denke mal ich frage ich glaube ich auch wieder ich habe gerade einen gleiter gesehen ich habe den da ist noch eine kiste oh 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 nein, wo ist das? Ja Prozent die Stiftung ist jetzt haben er die Schmerz das Geld das ist ein schön ich hab den König gekriegt Moritz das ist drei Kölz ich hab den Keller nicht du hast zwei kills du hast ein duo team auseinandergenommen und dann noch ein schau mal 10 Punkte haben ich auch musste noch öffnen rechts schau mal du hast du hast du hast du hast du hast Leute, ihr müsst auch mal und Marvin unterstützen, falls er... Und Marvin stellt... Entschuldigung, zu Ada. Starr, das gibt... gibt auf jeden Fall ab. Krypto Red Algen, den hat er auch. Sehr, sehr baba. Dann unterstützt ihr den guten Algen already. Und ja. Hör doch auf, mach ich, ihm die Scheiße zu labern. Leute, hört einfach nicht auf ihn. Das ist schon eine E-Scheiße. Hm? Puff, zick, zick, zick. Puff, zick, 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 zick. Oh, der fliegt noch mal. Oh, der malnodetitel Kannste nutzen. Die Suppe war untertitel von einer ... ist schlimm, alt. Es wird ischmelt. D indicated, dass ich die llege von potentialen nach oben. Wenn wir die Punkte jetzt nicht mehr haben, ne? You motherfucker, get out, man! I left you, please. Can you left the lobby, please? Ist mein Riese. Hallo, ihr könntest am Nettler. Bye. Auf Privat. Ich hab gedacht, du hast auf Privat. Ich hab dich nicht mehr so gemacht. Ich hab dich nicht mehr so gemacht. Auf alle haben nicht塗t. Au! Ich bin der Schmackhugleier. Hast du auch den Mackhugleier von Mario? Maurice, hör auf. Hast du den? Nein. Marco, dann hat sie eine Eins, ne? Marco, dann hat sie eine Eins, aber auch nicht. Wer zeigt Marco gleich? Bleib. Renny. Renny. Komm, wo gehst du hin? Digga, geh da hin, ich komm da auch hin. Ich mach nur immer fliegt ein Stückchen weiter weg, damit ich perfekt lande. Oh, und ich. Ich wär gleich da. Der hackt. Ich geh, ich schau dem zu. Komm. Was das als, er gibt dir einen One Palm. Zehn Runden haben wir noch nicht reich gemacht. Ja. 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 Ja, ich bin dringend. Kann du mir ein Kork? A Kork? Kann du... Kann du mir ein Kork? 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 Sollte ich viele Leute weg. Ah, komm, Tomati. Tomate! 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 Jakob! Z Пока! die ja d ich bin kommt zu mir stimmt tactical ist gut habe ich Ach du bist noch? Sorry Digga, bei mir wird das immer so Dings angezeigt So spät Ich weiß nicht, wo Leiber von Leiber ist Ja Keine Giffen mit Kork Kork Keine Giffen Kork Leute müssen mal sagen Keine Giffen mit Kork Kannst du mir bitte eine Cola geben Auf Englisch heißt Keine Giffen mit Kork Also Keine Giffen mit Kork Kork heißt auf Chinesisch Cola Wir sind keine Chinesen Und Kork Hoffentlich wisst ihr was das heißt Kork Komm her Tilted Komm mal Ich hab 75 HP Digga Da war ein Medikit, hast du das nicht mitgenommen? Krass nicht gesehen Gegner Wo? Ey wir haben schon wieder drei Punkte Was für Bobby Was für Bobby Was für Bobby Ja ich hatte ihn nur noch 10 10 10 Tolle Punkte Ja dank mir Die kriegen zwei Sprays Nice 11 11 11 1 10 11 10 10 10 11 12 11 Hm? Okay. Wohin! Swim... Ob, Soldi... Oh, Digga, ich hab' Toiletten-Dings. Toilettenpapier! Toilettenpapier. Schau mal zu mir. Hast du das noch nicht? Nein. Cool. Aber das ist auch nicht geil, Alter. Ich gehe... wenn ich auf dieses Gebäude bin, da keiner hingeht. Leck. Ich boxe den, ich boxe den. Jawoll. Ich habe keine Waffe. Digger. Vielleicht, wie wär's mit ner Pumpgun? d 5 1 1 Die Spooks hat ihn ... ... und ... Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Moin. 10. Moin. 16, Moin. Ich mach halt damit. Hallo. Schon vorher darfst du drei Sachen aus dem Shop aussuchen. Erstmal dann. Dann hier. Mit... Das hier ist nie. Und dann... Stani. Spaß Stani. Schuhe. Zwei 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 Flues, Flues, Blues Ich bin hier Ich bin hier We are going to Tilted Towers. Okay. Was ist das Gebäude? Das Gebäude deiner Mutter. Was ist das Gebäude? Was ist das Gebäude? Ich sage es. Ich sage es mir gleich. Gern. Leute, merkt euch. Er hat gerade meine Mutter geleistet. Bruder, wie viele. Ich geschifft nur das. Digga, das lag bei mir komplett. Was denkst du bei mir? Bei mir, denkst du bei mir, es komplett flüssig? Ich habe eine Taktik. Ich habe eine Taktik. Ich habe eine Taktik. Ey, kommt eine Tunde. Komm, bei mir hat einer eine Pans. Komm. 2 Connecticut, erreichen wir blocks. Das ist hier. hast du Pum? Nein. Wo ist? Da oben, da hab ich die? Ja, ich nehm Tag. Mini Werbung. Geil. Nee, ich hab 18. Ich hab gedacht, ich hätt nix mehr oben. Mini, 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 Mini. Zwei Kills. Also der eine hat so halt nicht. Aber ich lacht immer. Ich hab nix an AR gesehen. Ich geh pushen weiter. Ah, die ist so ne Kiste. Ah, die ist so ne Kiste. Ah, die ist so ne Kiste. Warte, hier ist nur ne Kiste. Ey, bandasen. Warte. Ey, Leute, da ist er redet immer von. Ruh ständig, wenn er tot ist. Bei mir. Der hackt. Ruh ist, komm schnell. Bau ab. 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 Lass mich. Ruh. 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 tonnes, lebes, sorges. Ruh. Oh, 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 oh. Wo hin? Päsent. Verfresschen. Jetzt noch so ne Runde und haben wir noch einen Punkt. Vielleicht nur das du 22 Kits machst auch und ich. Oh der wie ist denn so schnell schon da? Der neben mir hat eine blaue Pamp. Ich weiß. Ich hab gar nichts außer Holz. Und jetzt eine Waffe. Hoffentlich ist die scheiß Duobus. Muska. Nein. Wir finden Muska. Ich hab ein Taschenriss. Ich hab ein Mini noch für dich. Ich hab ich bin froh ich kann dir nur ein Biegel geben. Ich hab Mini und Slow. Mini und Slow. Mini gibt es 25. Und Slow ja von 70. Also ich hab jetzt noch ein Biegel. Ja. Ja. I'm not thrift. I'm not thrift. I'm not thrift. I'm not thrift. Kommer. wie wir bei dem haus fahren sie kommen daher kommt zu mir kann ich nicht die sind beide close bei mir der eine hat aber Witz das erst mal auf den gehen der hackt wo ist der eine will finischen was macht ich er hat und so Wir müssen jetzt weiter auf safe spielen. Wir müssen jetzt weiter auf safe spielen. Wir müssen jetzt weiter auf safe spielen. Wir kriegen die Blumen gar nicht. Wir müssen dann auch noch ein Auto haben. Das hasse ich. Okay. schenzen Das war's. es ist das hast du das hast du mal wer bitte aufzusehen ich hab grad Marco Gleiter drin der Marvin, dass die Welt geht 20 20 Schub Marvel ruhig weil er ist einfach nur geil hier dann das geil, kupa, schwarze Rütter Ziel wird jetzt hör auf zu singen chill nicht chill, du hast mir grad gesagt, du hörst damit auf aus mach, mit Kuku ja, Kuku, der will ja, Kuku, der will hör auf ich sag gar nix mehr ob, gegen, oder irgendwas ich sag gar nix mehr nein, sie sterben halt oder, oder sag nicht bescheiden, sie sterben mhm, tot. Ich bin, ich bin tot. Ich hab nur eine Maschinenpistole. Komm! Du hast eine Maschinenpistole, Alter! Ich hab's gerade bekommen! Wie voll! Ach so, du bist ja noch am Leben, sorry! Ist das jetzt so schlimm, dass ich gelieft bin? Ich hab keine Maschinenpistole. Entschuldige. Ich hab keine Maschinenpistole. Das waren meine Sachen. Ich hab nix mehr. Die liegen beide auf ihn. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Wir können auch 5 Runden spielen. Ich kann noch mehr. Ich hab nix 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 mehr die Raketen. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Ich hab nix mehr. Da sind Wegner. Einer hat ein... ...nurne Krise, aber ein Krise geht's. Boah, hat der den... Goldene AKA. Komm her. Hier, ich hab noch eine Pamp. Das nennt man unehren Mann. Ah, er wurde dieselbe. Minis hab ich. Okay, gut. Also ein für dich. Und B getrinke ich, wenn's okay ist. Ja. Beide Kills bekommen. Der eine hat mich getötet. Hast du mein Leben gesehen? Ja, gib mir jetzt die Mini. Liegt da. Das war mit Auto... Sohn. Ja, guck mal, wie er alleine los wird. Ich will fahren. Moris! Äh, Moris! Moris! Moris, lass es! Geh raus, ich will. Ich will... Moris, ne... Moris! Ja, okay, warte. Ich war draußen. Ich bin so hochgeil. Das soll Flugzeug nehmen. Leute, ich hol mir jetzt eben ein Haverboot. Das soll jeder eins nehmen. Ich komm rein. Moris, gib vor... Moris, spiel vernünftig oder spiel jetzt gleich nicht mehr mit mir. Mit dir. Ja, warte, ich komme mit dem Biggie aus dem Board, sonst habe ich noch gesnipe. Ich schwimme mit dir nicht mehr. Bitte. Komm jetzt. Flieg. Nein. Komm mal, geh einmal in den Board. Ich geh immer wieder hin. Ey, lass die erst mal mit dem Flugzeug fräuchern, dann, wenn wir begegnen sind. hier ist der einfache fliegt nicht bei das hacker ein hacker hier morris dadurch werden geschossen der fähig komm zu mir komm zu mir hör auf morris ich spiel auf gott ich spiel gleich nicht mehr mit dir man muss hör doch einfach mal ich hab mich ließ lassen uns einmal vernünftig zusammenspielen sein ließ mann Prozent da ist das ein Scheißernst was sind Prozent ich komme jetzt komm mal her ich hab so ein Minis ich hab so ein Minis du willst meine Minis nicht okay gepumpt Moni er hat 40 Stücke gibt mir 7 alter hier liegt doch mehr Spaß Maurice ich bitte jetzt gleich und so auf mit dem dämlichen Runde Lache Maurice ich werde das nie wieder mit dir spielen mit dem kann man nicht vernehmen die ersten Runden war okay und dann jetzt zum Ende hin bis wieder frech oder was ich mach jetzt nichts mehr wenn du stirbst dann ist es dein Pech wenn du tanzt dann kannst du aber davon ausgehen dass ich nicht mal ein schießt doch runter warte 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 Maurice ich nicht drauf schießen hm ich weiß nicht ich weiß nicht nicht ich weiß nicht Ich weiß nicht ich weiß nicht das ist Lemon ich verstehe heute zum ja und es ist gleich bitte wenn ich noch gehe dann ein Loten für Metz und nicht direkt um erst mal alle die du getötet hast das habe ich nämlich auch nicht gemacht ich hab dir gesagt ich brauche Metz habe kurz einmal Metz genommen wohl bemerkt und nicht erst noch die Waffen genommen und hat sich geheilt nicht so wie du Schülmer über eine Kiste jetzt geht auch noch auf Kisten dass ein Gegner Bocke kommen komm hierhin anstatt 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 nach g Und jetzt schlägt. Ja, guck, guck, guck. Elf Punkte, du. Eins, du musst den Schlüssel gehen. Mach den Würfel bereit. Hallo? Hallo? Bring mir bitte was zu trinken mit. Ich muss noch besser Pläne. Hm. Moritz, ganz im Ernst. Hör auf, Bruder. Ich lebe direkt wieder. Ich will eben schon zu 38 klicken. Der Bildnis. Moritz. 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 er sagt er kommt mit mir alter bleib da egal wie nah er bei dir ist nicht rausgehen eine fresse erstaubt noch ab ich sagte auch ich bin da ich brauche eine pumpe hier ich habe nicht mehr viel und wenn es geht geprägt ist ein paar moni ich habe nur nicht gekriegt ich habe ihn nur nicht gekriegt um war auf die minis nach und habt ihr angefangen zu trinken und dann hat er mit dem und steht ja hat sich auch zu vielen brauche ich nicht ich hab'n Jagger bekommen warte du riech offensichtlich im Wasser der Busch geht nicht weg der Busch ist schusssicher gemacht anscheinend weil der Busch nicht weg geht wenn ich Schaden krieg doch ja jetzt kann ich mich um Scheiß Busch rumrennen alter ja warum nimmst du ihn noch weil du sagst weil du nur bist oder was das war Töte was auf es ist ja so 1000 Meter hoch naja willst du die nicht darf ich mal versuch mit akka zu spielen vielleicht mach ich ja heikel raumt das sind schon wieder feils ohne ende alter ein dicker ja ich hab schon so gut genug gesagt hat noch tötet geht schilder Was hast du? Wie wenig Metz hast du? Komm mal her! Habibi! Habibi! Komm her! Ich geb dir Metz! Hinter dir! Puschen! Komplett dumm mit dem Busch aber... Oh, hast du grad mit dem Ding gemacht, geschossen? Ja! 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 Ich habe nur mit Kommer! egal wenn ich es noch ein punkt gemacht muss es bitte auf ok ich habe dich was gefragt du fragst es zum 10 mal man die ich spiele und der morgen die besten Ich nur, Lennart, arbeiten zusammen. Wir machen richtig geile Beats. Lennart kennt das. Machst du so kleine... Ne, wir machen schon richtig. Wir arbeiten mit einem 80 Euro, ähm, Dings, aber weißt du, was ist, ne? Der hat die Firma angeschrieben, das kostet mal 80 Euro, ne? Der hat einfach mal so 16 Programme davon, ne? Umsonst gekriegt. 1200 Euro haben die dem geschenkt. Wen? Lennart? Ne, dem, ähm, einem. Für die Programme, das kostet... Nur mal! Ey, hallo! Maurice! Geht leunt hier ein E-Mails? Drehen nicht so auf! Ich hab eine Alkohol. Wohin? Solti, Baboti? Solti. Solti. Mann! Morissa, spiel ich nicht mehr mit dir. Entweder du spielst mit mir und hältst dein Maul, oder du gehst, spielst alleine und dann kannst du es gern machen. Kannst du doch erstmal dein Maul, dann kann ich mir vielleicht überlegen. Ach so, wer ist denn hier von uns beiden, der die ganze Zeit hier rumtrellert? Ich oder du? Äh, du oder ich meinte ich. Ja, ich kann nicht so... Bist du tot? Nein, der ist los. Der ist so los, der ist so los, der wird. Der finischt, ne? Wo bist du, Solti? Ja, ich kann nicht so los, ich kann mal alles umsolten. Ein, Kiel, Riesel, da. Echt? vad humanitbruc denn Covid ? Vad v v v ve Okay. Wir können nur noch zwei Matches spielen. Ja, dann kriegen wir keine Belohnung. Marvin, die letzte Runde müssen wir voll lange warten. Dann kriegen wir keine Belohnung. Einfach zu belohnen. Dann haben wir aber gerade mal eins noch bevor. Ich bin zwei, 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 zwei. Alle meine Jungs schüppeln. Ich bin zwei, eins. Ich bin zwei, zwei. Nein, ich bin zwei. Ah, ich bin zwei. ами. Ich bin zwei, 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 zwei. Ich bin drei, zwei. Es ist ein Peri. Nein, Peril. Ich sag Peril, dann heißt es Peril. Ah, nee, lass doch hierhin, hierhin. Spart. Das würden wir gar nicht mehr schaffen. Nein, das, das sind die. Eine Lok. Wo bist du? Ich bin unten, wo bin ich? Komm, den kriegst du. Ich krieg's. Der hat mich natürlich getroffen. Ja, letzte Runde jetzt. Letzte Runde müssen, jetzt haben wir was reißen. Und seine Mama. Und dem Hemd. Ich bin so froh, dass du da bist, mein Schatz. Ich bin so froh. Oh, du weißt auch, dass ihr Blödsinn gemacht habt, ne? Ja. Bibi. Guck mal. Als wüsste er, wie schlecht es mir ging. Also, wir kommen mal zur Story. Das Unglaubliche. Was? Oh Gott. Eigentlich ist der Worst Case eingetrieben. Und zwar sind die beiden abgehauen. Leute, folgendes Ding. Also, Schatz will los zur Post. Er geht auf den Hof zum Auto. Setz dich ins Auto ein. Sag das zu mir. Ähm, er hätte drinnen was vergessen, ob ich ihn das muss bringen kann. Ich bin drinnen. Ich hole es. Mache die Haustür hinter mir zu. Und gehe dann auf den Hof zum Auto. Und quatsche kurz mit Schatz, um ihm die Sache zu geben. Ich bin kurz geschnappt. Ich denke mal so zwei Minuten lang. Und dafür danke ich dem Herrn, dass ich nur zwei Minuten mit ihm geredet habe. Oh Gott, ich weiß genau, wovon ich rede gerade. Er ist so kuschelig. Wie lange geht das noch? Nein, nicht. Wir waren schon noch. Was? Wir wissen gerade nicht. Wir sind im Match. Er ist so kuschelig. Nicht mehr lange. Wir haben... Also, das geht eigentlich von 17 Uhr bis 22 Uhr. Aber wir haben nicht bedacht. Es gibt zwischen diesen... Man kann nur eine begrenzte Anzahl der Runden in dem Match spielen. Das heißt, nach der Runde können wir ausmachen. Nein. Doch, klar. Da müssen wir noch... Da müssen wir einen kleinen Moment warten und kriegen die Belohnungen nicht. Aha. Tilt nix. Obwohl, shift nix. Ich möchte jetzt mit Hilfe mit dir hin, Alter. Du willst noch n Loni hier, Alter. Du musst noch n Loni-Lutsch-Pinner. Wo war das? Wo war das? Blaue Eier. Ich bin tot. Ich weiß nicht, wo ich bin. Warum hast du was das jetzt ausmachen können? Weil ich ehrlich bin. Wenn ich dann gehe, dann gibt es doch keine. Muss es geben. Dann reicht es auf. So, ja, so Leute, das war's mit dem Stream. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Bis morgen und haut da rein. Ciao, ciao. Weil man kann, man kann nämlich hin und man kann es anfangen. Ja, ja. Jürgen Participation